Wenn ich 16 Jahre alt war, habe ich ein Computer-Game in diesem Notebook gemacht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Slayer 6 Terminal Aftermath Vengeance of the Slayer. Wir laden mal. Mal schauen, wo wir überhaupt sind. Was ist denn hier? 23 und 29? Das war's, ne? Ich denk... Ich denk, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe jetzt gestern nicht gespielt und jetzt bin ich schon wieder draußen hier. Hm. Wir waren ja auf der Toilette. Oh, der Toilette war mir. Wie wechsle ich jetzt wieder die Waffe? Ah. Wir waren ja auf der Toilette. Wir waren ja auf der Toilette. Ich hab zu wenig Gesundheit, ja. Ich brauche einen Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Tja, ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Oh, man kommt ja genügend Munition, ne? Oh, man kommt ja genügend Munition, ne? Eww, das ist das Schmerz, das ich jemals habe. Und ich habe Mevins Kopfhörn. Ich habe aber keine Schmerz. Ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Ich habe ein Schlüssel. Ich weiß auch die Schlüssel der Schlüssel. Ich habe Sintrum! Owie! Mein Tad-Children-Shank ist auf eurem Korks! Ich hab keine Chance! Keine Chance! Keine Chance! Keine! Null! Null! Ich weiß nicht wie ich die scheiß Toilette besiegen soll! Ich hab keine Ahnung! Null! 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 Ich habe eine Hackflut-Charge. For the glory of the Psycho Syndicate! My turn children shall feast upon your cause! Exorcistos are fools! You seem to hurt them, eh? Thou art a fool, son! This blade has a hat for charge! Thou art defeating me, son! Thou truly art the final ex-Slayer! Now comes a noble warrior's just reward! Take thine wicked dog, Zane! For the glory of the Psycho Syndicate! I got my music! I got my music! Really? Really? Wundeent ist gar nicht! I what if I to speed the engine? Was? Du, 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 du... Mach keinen Stress, Henni. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Kairin bließe ölmüya. Oh, ja, doch, ja. Keine Budezion Die S-Blade hat eine Hackblood-Charge Oh nee Oui 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 Wo reine ich denn rum? Wo reine ich eigentlich lang? Oui Oui Das war's für heute. Ich habe noch 9% Gesundheit. Damit kann ich gar nicht überleben. Keine Chance. Null. Keine Chance. Keine Schnitte. Ich habe 9% Gesundheit und 32% Leben. Ich brauche Leben. Ich brauche den Dreckding nicht. Gesundheit. Aber wo kriege ich Gesundheit her? Good question, next question. Und irgendwie ein Secret gibt es ja nicht. Eine Tür oder irgendwas. Ich brauche das. Ich habe halt nichts mehr. 26 Schuss habe ich noch. Toll. Bouncy, Bouncy, Bouncy. Ich komme nicht dran durch. Ich komme nicht dran durch. Ich muss noch mehr Heilung finden. Ein kleines bisschen. So 50% Heilung und noch mehr Munition, ja. Das wäre cool, ja. Kann man nur auf die Suche machen, ne? Auf die Suche machen und irgendwo noch was finden. Vielleicht. Aber ich glaube mal eher nicht, ne? Ja. Hier war ja Ode Toilette. Die Ode Toilette. Scheiße, ne. Nichts mehr. Alles abgesnackt, ja. Alles abgesnackt. Scheiße. Ja, ist halt ärgerlich, wenn du so weit kommst, ne? Kommst? Ooooooh. Dann wohl oder übel schlechte Karten hast. Also auf gut Deutsch Null Schnitte. Wenn er mir irgendwo wenigstens... Aber er gibt mir halt nichts. Und das ist der Problem. Wenn die Dinger wenigstens was bringen würden, ne? Aber die bringen ja auch nichts. Das... 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 Kack. Leichenblassen seinen Weg, ja. Das... Wie war... Das... Was... Was... Das... 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 Wie war... Pass auf! Ich speichere jetzt hier. Ich speichere jetzt. Bouncy power! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ich bin so blöd, ich hätte es nur wegschießen sollen. Ich hätte es nur wegschießen sollen. Wie hohl kann man sein, Leute? Wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen das. Ich laufe da mitten in die Krütze rein. Das hätte ich doch nur abknallen sollen. Geh mit. Wir schaffen das. Kein Thema. Kein Thema. Kein Problem. Die S-Blade hat eine Hackblatt-Charge. Silly man. Ver-bombt mich selber, Herr. Ver-bombt mich selber. Ver-bombt mich selber. Ver-bombt mich selber. Ich bin der X-Slayer. Boom! 95% getötete Feinde. Geil. Aber halt keine Geheimnisse gefunden. Dollar Shaver Destruction. Scheiße. Aber immerhin 95% getötete Feinde. Nachmachen, ja. Todes-Stich-Straße. Die S-Blade hat eine Hackblatt-Charge. Wo bin ich denn jetzt? Die S-Blade hat eine Hackblatt-Charge. 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 Ich bin echt platt! Da gab es draußen nichts mehr. Gesundheit gibt es da draußen noch, ja. Gesundheit. Mama, Daddy, wird halt der Entwickler sein, ne? Geh ich mal davon aus, ne? Geh ich mal davon aus, ne? Geh ich mal davon aus. Geh ich mal davon aus. Geh ich mal davon aus. Möchte mal gucken, ob man da irgendwas aussprengen kann oder so, ne? Und ob man irgendwo mit was interagieren kann, ne? Psykoschlöcke, wir haben Psykoschlöcke. Kartoffelpest, Alaufplan, Alaufplan. Zu viele alte kaputte Fahrgeschäfte, Alaufplan. So nach Ideen fragen, er ist ein Genie. Also? Kann man hier nicht mit dem Ofen interagieren? Danke. Shit. Hätte jetzt gern gespielt. Ich finde es echt cool gemacht. Why not? Wer mag, wenn wir ein Key? Was? 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 Was ist das? Das ist für den Kommissar. Was? Ich bin total fixin alle hier. Jesus Christ, ja. Immer gucken, ob man... Feuer, Feuer, Feuer ist nie gut. Feuer ist gar nicht gut. Ob immer gibt es hier noch Gesundheit. Ich habe gedacht, wir haben eine neue Warp bekommen. Muss er Gesundheit auffüllen? Moment. Muss Gesundheit auffüllen. Da unten war ein Secret, ja. Halt, glaube ich, da durch. Da unten war ein Secret. Wieso komme ich da nicht durch? Ich habe gedacht, da ist ein Secret für mich. Wir haben einen roten Schlüssel. Du Red Key. Wieso komme ich... What? Wieso komme ich da nicht rein? Why? Wir haben einen roten Schlüssel. Was mache ich damit? Good question, next question. Oben geht's noch weiter. God damn. Mona Lisa. Hm? Toll auch zu den Olden. Hoch. Wir gehen hoch. Ah. You see this? Secret. Oh yes. I made out with your mom last night. Woah. I found a secret. Oh snap, it's Saint. Those psychos are in for it now. Wir haben ein secret gefunden. Aber was? Ah, shit. Nee. Auf immer ein secret. Immerhin. weg mit euch ja was wenn du das liest wenn du das liest bin tot ich glaube meine eltern wurden durch psychos und ich glaube sie wissen dass ich es weiß oh nein sie kommen Ah, ah 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 oh Secret? Woah! Ich habe ein secret gefunden. Wow. Was? Was ich das? Was das? Was ist das? Also auf jeden Fall zwei Sachen. Das ist mal eins, was safe ist, ne? Dann haben wir schon zwei Geheimnisse entdeckt. Äh, ich bin ja der One and Only hier. Lame Chambool Deplettige. Sorry. Muss das sein. Muss halt immer auf die Risse in der Wand schauen, ne? Stupid Idiot! Ja, ich bin ein Idiot. Ja, das ist richtig, ja. Ich habe ein sehr großartiges Idiot. Ich habe ein sehr großartiges Idiot. Und hier gibt es nichts. Kein secret. No secret! Oop! Wer kommt jetzt? Ah, hier ist ruhig. Hier ist schon ruhig. Er ist schon crazy gemacht, oder? Er ist schon crazy gemacht, oder? Ja! Ein Rotten Spektakel. Aber wo ich jetzt hin muss, weiß ich nicht, oder? Ich habe da keinen Plan hier, oder? Ich habe da keinen Plan hier, oder? Warum auch immer? Warum komme ich hier? Warum komme ich hier? Normalerweise ist man hier immer durchgekommen, durch solche Sachen. Scheiße, die wandern, ja. Hier komme ich nicht weiter. Und hier geht es auch nicht weiter. Und hier geht es auch nicht weiter. Da ist Haus. Vielleicht. Alles sehr miserös. Moment, ich speicher mal. Ich speicher mal. Ich weiß nicht. Da sind alle Haubengestörte auf jeden Fall. Da war ich doch schon. Ey Leute, den spiel ich so krank in den Bären, aber really, so krank und die hab ich ja alle platt gemacht. Und hier gibt's nicht. Ich hab keine Ahnung. Wo geht's weiter? Ah, gibt's doch nicht, oder? Keine Ahnung. Oh, also gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass da kein Secret gibt, oder so? Was geht da? Die Feinde sind in den Häusern, Idiot. Ja, danke fürs Gespräch. Ich hab gedacht, dass man vielleicht hier irgendwo durch kann, aber auch nicht so. Damn. Gar kein Plan. Gar kein Plan. Nee. Keine Chance, ja. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Absolut nicht. Mal so gar nicht. Und oben geht's ja auch nirgends weiter. Kack die Wand an. Wo geht's weiter, Leute? Wo? Wie macht's wieder auf? Good question, nicht sehr well. Jakib ger Sherman. Doe es aufвоeren. Ja. Gibt's das? Dass ich diesmal total auf dem Schlauch stehe? Anscheinend? Was anders fällt man jetzt nicht ein? Ich hab keine Ahnung. Gibt's doch ein Fool, Leute, ein Fool! Wo waren die an der Tür? Man kann nichts aufsprengen, man kann gar nichts machen. Ist doch ein Müll. Leute, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt echt getippt hier lang. Ja, hier lang. Aber... Wie geht's jetzt weiter? Ich komm' hier einfach nicht raus. Komm' nicht weiter. Null Chance. Und machen kann ich ja hier auch nichts. Ich hab Glück gehabt. Tick-tock! Tick-tock! Bouncy! Bouncy! Ja, ja, ja! Aus drei Spuren, aus drei Spuren! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja! Ja, ja, ja! Auf ne schöne Art und Weise krank, ja. I love it, I love it. Ich brauch Heilung. Und Munition, ja. Manda, 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 manda. Ein Key? Ich hab doch Key. Ich hab doch Key. Ich hab... Ich hab ein Key. Das ist ja wohl kaputt hier. Ach, das war einer da draußen. Das spielt keine. Scheiße, ich hab's. Ich hab's. Woh, Sport, warte mal. Was machst du schnappst in meinem Land? Tränen zu holen meine Autos? Ich bin froh, dass du mit den Psyche bist. Ich bin froh, dass du so überlebt hast. Ich bin froh, dass du so überlebt hast. Ich bin froh, dass du so überlebt hast. Meine Mutter hätte dich verlebt, wenn sie noch immer wieder живet ist. By the way, ich habe dein secret Psycho-Base gefunden unter deinem Office. Woah, da. Hold up, bro. Was du mit? Du bist derjenige, wenn du denkst, ich bin Psycho-Syndicate-Gangbox. Du denkst, dass die Leute nicht erkennen würden? Hm. Das ist ein cool Spiel. Das ist so cool. Geh, das ist so cool. Hue. Geh, geh. Ah, jeez. Munition! Gib mal die Munition! Alles meins! Alles meins! Kann ich da nicht rein? Wir haben seinen Schlüssel! What the hell? Jesus Christ! Heilung! Munition! Wir gehen aber noch ins Haus! Ich möchte nochmal hoch! Wenn man dem mal zuhört, ne? Ich möchte aber erst hoch! Erst hoch! Erst noch ein bisschen umschauen! Vielleicht finden wir ja noch irgendwo was! Und dann gehen wir hoch! Das ist ja irgendwo noch ein Secret oder so, ne? Da sind wir ja vorhin runtergeflogen! Oh mein Gott! Ich komme da nicht hoch oder was? Ja! Ah dunkeha, ah dunkeha! Ooooooooh, der alte Treppe runterfaller du! Hä, wenn ich... ja, ja, dann kriegst du echt hier zu viel. Er ist der Böse ne? Er! Gut, Mama! Boah! Hat er jetzt gespeichert? Gibt's ja nicht! Boah, ist in 2! Möchte ich irgendwas noch finden, aber die Mucke ist cool, ja! Ah, das ganze Spiel ist einfach geil, ne? Gerade weil man halt außer im Spiegel die, ne? Ich hab gar keine Munition! Oh, wir haben da... Der kann man die Keycard benutzen! Und das war's jetzt hier, oder? DOLLAR SCHEIVER! Kein secret! Nichts! Im Bad war ja auch nichts! Können wir ihn hier benutzen, ne? Nein! OUCH! I have... Ich hab meine, Herr und... Okay, dét USA! Ah, ich gebe alles Gesundheit. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Wo geht es jetzt lang? Muss ich da lang? Wahrscheinlich. Er hat gespeichert. Was ist das? Was ist das? Jesus, kann ich erstmal spülen hier. Meine Fresse herr, was geht ab hier mit dem Spiel? Schau bei den Bonks nach, Idiot. Da oben, kann ich ja nichts machen. Schau bei deinen Bonks nach. Schau bei den Bonks nach. Schau bei den Bonks nach. Schau bei den Bonks nach. Die Bonks stehen ja da. Ich weiß jetzt nicht, was ich auch machen soll. Schau bei den Bonks nach. Da gibts aber nicht. Schau bei den Bonks nach, Idiot. Schau bei den Bonks nach. 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 Ich komm hier gar nicht mehr raus. What? Ich bin ja hier reingeflogen. Und jetzt bin ich hier, ne? Leute, ich bin hier gefangen forever. Forever? Ich komm hier nicht raus. Ist das da oben was? Ahhhh! Irgendwas hat sich ja jetzt getan. Aber was? 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 Keine Ahnung. Blöde, ich kann's jetzt echt nicht mehr hören. Sonst wird's verschwindelig, ja. Und hier kommt man nicht durch. Ich kann mich wenigstens in die Luft sprengen, ja. Aber mehr auch nicht. Noch zwei Zimmer, vielleicht solltest du aufgeben und ins Bett gehen. Noch zwei mehr, vielleicht? Noch zwei mehr, vielleicht? Oder zwei Schalter mehr? Zwei Schalter mehr? Aber wo sind zwei Schalter? Ahhhh! Jetzt haben wir nur mal einen. Ahhhh! Wir brauchen noch einen Schalter. Wo ist der zweite, der letzte Schalter? I understand! Wo hat er den versteckt? Den letzten Schalter. Zwei haben wir. Zwei haben wir. Das ist halt halt zu finden, gell? In dem Chaos. Und dann noch dieses Gelaber die ganze Zeit. Da wird's ja... Schwindelig, gell? In dem Chaos. Wieso? Noch ein bisschen schön. Ich finde es ne... Ich finde den... Ich kann das gar nicht vorstellen, wie am besten auf den Sengen geht, hier ist leider keiner. Aber nicht? oder? Nein, hier ist keiner. A Gungaha, A Gungaha, ja ich gebe da gleich A Gungaha. Und hier ist ja auch keiner. Ich finde ihn nicht. Ich finde ihn nicht. Ich finde ihn nicht. Leute, ich kann ihn nicht finden. Ich habe jetzt überall geschaut. Überall. Aber ich finde dieses Drecksteil nicht. Ich kann es nicht finden. Ich drehe jetzt doch echt durch. Wenn es an einem Schalter liegt. Aber es ist immer so. Einer fehlt immer. Einer fehlt immer. 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 In jedem Spiel. Du findest alles. Nur ein Teil bleibt übrig. Und dann stehst du da wieder und deppt. Ne? Leute, ich kann ihn nicht finden. Ich finde diesen blöden Drecksschalter nicht. Hier ist auch nichts. Es ist da hinten. Da hinten. Aber jetzt speicher ich. Jetzt speicher ich. Oder? Ich speicher hier. Und dann machen wir das nächste Mal weiter. Ja? Scheiße, man dann. Ja. Das ist so psychomäßig. Das verwirrt dich total. Macht dich krank im Kopf. Aber geil. Wirklich geil. Slayer 6 Terminal Aftermath Vengeance of the Slayer. Ich hoffe ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Bin echt mal gespannt ob das sich jemand anschaut und darauf reagieren wird. Komm mach du blöde App. Das war wirklich gut ja. Aber so ein kleines Highlightli ne. Kein Film Playgame aber so. Ein schönes Indie-Game. Wirklich geil gemacht. Wo voll der Retro-Style und halt voll Psycho ist. Genau mein Geschmack auch in Filmserien. Bis Triebzeit voll. Voll und Gönse. Kein Z-Unterstore.